ARD Text im Auftrag von Funk 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 Oh, ein Schäle der Kapflosen. Wie alt bist du? Der ist alt. Oh mein Gott, hab ich mich gerade verrocken. Denk da, wir spielen auf Albtraum, gell? Also, falls du stirbst, da handelt er weiter. Also, wir haben hier, wie heißt das? Nox. Ja. Boah, mein Christ, hab ich mich gerade entschmungen. Oh Mann. Oh Frau. Hammer und Batsch sind drin. Äh, du hast glaube ich Gefrieratem. Du hast gerade so eine Pupswolke im Gesicht gehabt. Okay. Luni hat geknatterfurzt. Ich meine, da war irgendwie so ein Atem vor dir. Ja. Du hast, äh, ja. Ja. Ja und ja, also aber im Orb seh ich nicht. Also kein Mimic. Also, das ist irgendwie so ein Bug da auch ab. Hat jemand schon EMF geguckt? Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Wir kriegen bloß vier Beweise. Ja, wir sind zwei, wir kriegen auch immer drei Beweise. Albtraum. Albtraum. Da kommen auch da keine drei mehr. Bei Albtraum kriegst du bloß zwei, außer du hast ein Mimic, da kriegst du drei. Und wenn du stirbst, jagt der auch weiter. Also so weiter hat mehr Hoffnung, da drin ist dann. Bitte laufen sie durchs Salz. Oh, mach da. Ach, aber geistig. Uh. Ein Tänzer. Mhm. Die, 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 die. Äh, ich hab den... Ach nee, du hast den Knurrenfotograf. Alter, das ist aber auch ein... Hui. Ein Süßi. Mhm, der läuft sehr viel. Nee, der will mit dir tanzen. Äh, wie ist das Bewegungssektor? Oh, was hat ihr das? Wie, oh? Hat aber woanders was angefummelt, oder? Nee, oder? Nee, hier. Ach, guck mal, hier hat er auch die Schuhe umgeworfen. Wie? Hey, witsch. Ja? Ja? Ey, da hast du den Fernseher an. Ja, der guckt jetzt den Porno an, glaub ich. Uh, da musst du schon gleich wieder reingehen. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Prrp. 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 Habt ihr schon Fotoapparat mitgenommen? Prrp. Ja. Auf dem Tisch liegt auch noch eins mit zwei Bildern. Ähm. Prrp. Trrrp. Prrp. Trrp. Prrp. 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 der kleine wiese hat den strom ausgemacht oder du hast ihn gar nicht erst angemacht ich hab angemacht ach so da hat er die bürde kaputt gemacht so ein bösi jetzt geht's ich bin schon voll trottel es ist ein richtiger remix mit dem bäserie habt ihr lichter angemacht ja ja ich hab grad keine taschen haben in der hand mein gott hast du Angst im dunkeln ne ich werd Foto machen und ich hab Reucho Sticks dabei deswegen ich wollte auch schon Fotos machen deswegen zeig dich wo bist du wo bist du wo bist du zeig dich zeig dich zeig dich zeig dich zeig dich ich verstecke äh ja spinn Garage super wir können ja verstecken spielen willst du? ich will ja eigentlich schon noch nacktbild machen kannst du ja zur Notopfer ich mich auch neiiiin ist er hier noch überhaupt ich weiß nicht er hat zumindest hier vor kurzem noch die Tür angefingert ich hab keinen Pupsatem mehr ich hab keinen Pupsatem mehr du auch nicht er hat zumindest hier grad noch die Tür angefingert hier drüben aber hier drüben liegen ja auch Tassen und so rum ne wo bist du duu? du bist ein Duden zeig ihn dir schon mal aber der Atem ist doch weg oder bin ich doof? ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich hab da ja noch Atem oder? oder bin ich ja aus Versehen wurde gemacht von mir wow sorry ach sie hat da drinnen auf jeden Fall das Gruzifix angefressen hm zeig dich zeig dich wo bist du 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 hello is it me you looking for i can see it in your eyes wieso hab ich dich doppelt der hat die Schufkarte der musste der musste der musste der musste der musste nochmal auf Escape gehen der musste den Balken nochmal hochziehen und dann nochmal runterziehen war bei mir auch so es bugt manchmal ah doch jetzt hab ich wieder her er hat Lichter angemacht er hat Angst im Dunkeln äh der Ding ist eh schon voll Fotoalbum wow mhm uuuu ist ja ganz heiß wie ein Vulkan geil geil uzi uzi der könnte sich ruhig mal zeigen sag ihm das sag ihm zeig dich zeig dich zeig dich zeig dich du hast dich ja grottenolm wo bist du ist der Switcher-Board noch da ja ja eigentlich schon ah ha hab ich nicht so Foto gemacht ich hab nicht so Foto ich hab geräuschert geil dieser Penner alter der stand auf einmal vor mir und keucht mich an uiihiiiiiii uroh hoho ho 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 xD mein Arm ist eigentlich das Herz du hast ein Herz naja zwar so ein kleines verkümmertes aber ist es ein ganz kleines da So. Er jagt aber nicht, oder? Nö. Nö, der hat ziemlich Angst, ne? Nö. Und jetzt? Warte mal, bis er hundet. Ich glaube, der hat gerade nochmal einen Kuzi durchgebissen. Aber wie hat sich das nach Feuer angehört? Wo ist das Reacher-Board? Okay, sandet er. Auf jeden Fall kein Moroi. Ist aber okay, Antu. Er läuft aber schneller. Wir haben doch Gefrier und Box. Stimmt, ja. Ach, scheiße, ja, und Ryo, ja. Ich denke, wir haben ja fast Zwilling, hm? Ich finde irgendwie, der läuft schneller. Bisschen, ja. Der ist in dem Zimmer neben dem Eingang. Jetzt, ich finde, der ist auf jeden Fall ein bisschen schneller gelaufen. Bisschen, wir können ja noch mal handen lassen. Stimmt, stimmt. Gehen wir rein und warten. Oh, soll ich das Zwillinge brett kaputt scheppern? Mach kaputt. Mach putt! Mach kaputt, die Scheiße, warte. Kommst du kurz noch mal mir entgegen? Kann jemand mir ein Foto von meiner Leiche machen? Bringt ihr nicht mehr, du. Das Buch ist eh voll. So, weil... Das wird beweisen wegen links da hier drunter, oder? Danke. Ich hab nämlich... Für was? Verstecken spielen. Geld und so. Verstecken spielen. Hide and seek. Ah, okay, es geht auch so kaputt. Das zählt ja dann eh nicht mehr. Weil du bist ja eh, du bist ja eh, du. Da kriegst du ja eh nicht wirklich was. Das Buch ist ja so oder so voll. Musst du nicht zuhören? Er läuft wieder so schnell. Na gut, es kann halt Zufall sein, genau. Da kann... Ja, ja, das ist halt... Das ist jetzt an, Lucky. Der eine, der kann halt zehnmal handen und der andere handen dann halt einmal, na, das weißt du halt vorher nicht. Welcherweise hab ich das Bote von seinem Hund geklaut. Sieben. Alles gut, Lemo. Alles gut, wir machen eh gerade die erste Runde. Ich bin ja nochmal kurz drei, vier Minütchen afkar, da kannst du dann... Was machst du? Wo tust du? Was bist du? Wo bist du? Was machst du? Warum bist du? Das weißt du nicht. Bis dahin kann Limo dazustoßen. Vorbei, oder? Ja. Also ich weiß es echt nicht. Das ist in Wirklichkeit ein bisschen Unlucky. Aber das mit dem Push-to-Talk nervt mich. Jetzt hab ich Hide and Seek oder ein Versteckenspiel. Der hat alles nicht gemacht. Oh, ich ging's immer auch nicht mit meiner Einstellung. Was noch, V? V ist doch Push-to-Talk, ist doch... Und B ist... Ich hab bei mir alles umgestellt. V ist Ding. Und B ist... Na gut. Dann fahr ich einfach mit Zwillinge los, um gut. Ich geh's ja auch, ich geh' einfach, das ist auf Zwillinge. Ja. Warte. Wartet Sie, wartet Sie bitte. Ich warte bitte. Okay. Wir können. Er wird am Ende Ehre in Rio sein. Amoreu ist es definitiv nicht. Mimic. Nee, nee. Auch nicht. Nee, das klug nicht. Zwillinge, ja. Für, kann halt Unlucky sein, ne. Wäre halt gerade Hand, hätten wir nicht. Ja. Zwillinge, guck mal, wir sind so gut. Oh yeah. Der Musik ist bereit für you. Die Podieze ist bereit für dich. Untertitelung des ZDF, 2020